Yunxin, ich hätte hier mit euch rechnen müssen. Wie kann ich euch dienen, Herr? Kennt ihr euch hier gut aus? Ich habe all diese Lager eingerichtet. Sagt euch diese Karte irgendwas? Hm. Wir geben sie den Karrenfahrern, die Nahrung liefern. Sie zeigen, wo die Lager sind, damit alle versorgt werden. Ist das Blut? Ist etwas davon nicht eines eurer Lager. Ich höre Gerüchte, dass sich unsere Leute bekriegen in Ariake. Verräter bedrohen unschuldige Leute. Sie ermordeten die Frauen und Kinder von Klanadachi. Ihr könnt sie zur Verantwortung ziehen. Diese Karte zeigt Ariakes Leuchtturm. Wir haben keine Lager dort, aber man sagt, Banditen wären gekommen. Keine Banditen. Etwas Schlimmeres. Fürstin Masako ist eingetroffen. Sie spricht sicherlich lieber mit euch. Was habt ihr erfahren? Das Oberhaupt von Kutta könnte am Leuchtturm sein. Den hat der Adachi-Klan für Ariake gebaut. Der Verräter kennt keine Scham. Sadao hat Leibwachen um sich. Wir kommen nicht unbemerkt an ihn heran. Gut. Der Verräter soll gerade genug Zeit haben, sein Schicksal zu fürchten. Dann los. Warum hat Sadao euch verraten? Ich war ihm vor, Reis zu stehlen. Aus Profitgehe, während unsere Leute hungern. Ihr glaubt, er steckt hinter der Reisknappheit in Kutta? Ich konnte es nie beweisen. Doch es war verheerend. Ich wusste, er verbirgt irgendetwas. Schurken können ihr wahres Wesen gut verbergen. Draußen sind Wachen. Der Feigling versteckt sich ganz oben. Sadao! Euer Kopf gehört dir! Ich kann es mir nicht! Ich kann es mir nicht! Schwer ich nicht! Ich kann das jetzt noch mal der Kurs suivieren! Hank dich! Hier habe ich ihn gehört. Daiko! So. So. Ihr habt Tina getötet! Meinen Bruder! Sie starben wegen euch! Ihr hättet mit eurer Familie sterben sollen! Das wünschte ich auch! Verzeih! Ihr habt Sadao getötet! Masako. Er half all meine Liebsten zu töten. Und wofür? Um seinen elenden Hass zu stillen. Als die Mongolen die Samurai besiegten, wollte ich mit ihnen sterben. Ich stürzte mich wissentlich in eine verlorene Schlacht. Es war... leichter. Wie lebt ihr weiter? Ich denke an die Leute, die ich schützen. Und die Toten. Die ich rächen muss. Dass Sadao tot ist, wird der Verantwortliche erfahren, dass ich lebe. Und ihn jage. Er wird Angst bekommen. Einen Fehler machen. Seid vorsichtig, Masako. Ihr auch. Ihr seid nun ein Teil davon. Wir finden die anderen Verräter auf der Liste. Doch zuerst müssen wir meinen Onkel retten. Ich bin auf dem Kaneda gehöft, falls ihr mich braucht. Wir machen die Annika. Na Sätze. Wiebes arabe. W lettét. Für Freiezer. 여러. Das ist in der